Hallo Leute! Willkommen! Happy New Year! Frohes neues Jahr! Wir sind jetzt im Jahr 2023 und ja, wie seht schon, hinter mir wird fleißig geballert und ja, es wird ordentlich blau, ich glaube, man kann es nicht verstehen, aber wir werden auch noch ordentlich was zu ballern haben und ja, wir sehen jetzt gleich direkt mal den ersten Vulkan, also dann sehen wir uns gleich. Okay Leute, Vulkan-Action! Seht euch das an! Man hört viele andere Sachen auch gleichzeitig hier, also ich kann gerade nicht alles machen hier, ich kann gerade nicht alles filmen, es tut mir leid, aber auf jeden Fall sehr viele Sachen um uns herum hier. Schaut euch den Vulkan an! Richtig schön! Hat richtig schön geknistert! Boah, ich kann so viel um uns rumschauen, was hier überall los ist. Das ist echt Wahnsinn! Hier unten ist, also mit unserem Nachbardörfern sich auch viel, mega geil! Guckt euch den Vulkan an! Guckt euch den Vulkan an! Guckt euch den Vulkan an! Wow! Wow! Jetzt sind auch noch zwei Raketen! Sehr nice! Ok Guys! Nächste Batterie ist Firefly. Nächste Stopp Firefly. Wow. Wow. Wow, das war nice. Okay, guys. Nächster Stopp ist Goldfinger. Nächster Stopp Goldfinger. Wow. 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 Nice. Okay, guys. Das nächste Stopp ist ... Sekunde ... Das muss ich gleich nochmal sagen. Das ist auch schön. That's nice. Wow! 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 Hier, Leute, kann ich euch auch mal so ein buntes Licht zeigen? Happy New Year 2023! Okay, Leute, der nächste Ding ... ... nennt sich ... ... Aquamarine. Next Stop, Aquamarine. Next Stop, Aquamarine. Hübiets. Ähm ... Weiss ich jetzt nicht. So, Nummer 2. Nummer 2. Aquamarine. ... 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 Letztes Jahr war Schlimmer. Okay, die nächste Batterie ist Achat. Okay, the final one, Casino Royale. Wir werden vielleicht noch ein paar zuschauen. Ja, aber die fliegen ja nicht groß, wirklich nach rechts. Ja, rechts. Wow. Look at this, guys. He, nehmt überhaupt kein Ende. Oei. Ah, das hört's gar nicht auf. Das war's. Ja, that's it. That's it. That was the firework. Das war das Feuerwerk für 2023. So, Leute, das waren die Silvesterkacher von unsererseits. Ich hoffe, euch haben teilweise die Fundamente gefallen. Und ja, das war ein relativ guter Schatten ins Neujahr. Und dann schauen wir mal, was uns das Neujahr so bringt. Ich hoffe, dass die Welt allgemein wieder Frieden schließt. Auch mit dem, ja, wie soll ich sagen, Ukraine-Konflikt. Also das wisst ihr wahrscheinlich. Und ich hoffe, dass es alles wieder ein bisschen nachlässend, dass die Welt wieder in hohem Frieden leben kann. Ja, dann würde ich sagen, habt noch einen schönen Tag. Und ja, habt einen schönen Neujahrstag und genießt die Zeit. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video. Haut rein und tschüss. Please like and subscribe and have a good start in the new year. So, yeah, we see you in the next video. Goodbye. Bye. Bye.